Los, komm, Flop. Ich komme schon. Hallo, Coco. Tag, Bing. Hallo, Charlie. Hallo, Bing. Hallo, Pando. Oh, hallo, Sula. Hallo, Bing. Da hat's aber jemand eilig. Bing. Alles in Ordnung, Bing? Ja, war nicht schlimm. Wer kann was? Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, hat Bing heute Besuch. Und Flop ist auch da. Ah, meiner ist alle. Fertig. Auch leer. Ihr drei pfeift ja lustig mit euren Safttüten. Paula kann ganz ohne alles pfeifen. Wie machst du das denn, Paula? Oh. Zuerst stülpt man die Lippen nach vorne. Dann atmet man tief ein. Und dann bläst man die Luft sanft durch die Lippen. Versucht es nochmal. Die Lippen nach vorn. Tief einatmen. Und pusten. Oh, das ist ganz schön schwer. Ja, das stimmt. Man muss erstmal eine Weile üben. Du kannst es auch, Flop. Ja, ich kann pfeifen. Aber nicht so gut wie Paula. Sie hat wirklich Talent dafür. Was ist Talent? Talent ist, wenn du in etwas sehr gut bist. Und Paula ist sehr gut im Pfeifen. Und Flop ist sehr gut im Sansula spielen. Habe ich auch ein Talent, Flop? Natürlich. In jedem steckt ein Talent, Bing. Du musst deins nur entdecken. Ich habe auch eins. Ich habe richtig Talent zum Trompeten. Hier. Das ist so toll. Das probiere ich auch mal. Ich auch. Ich glaube, wir haben kein Talent zum Trompetenpando. Das ist aber auch schwer ohne Hüssel. Ich habe auch ein Talent. Ich kann das hier. Guckt mal. Klasse. Wie toll, Pando. Ich versuche es mal. Das probiere ich auch. Bewege die Beine schneller. Versuche dich zu drehen. Schneller. Du musst dich auch drehen. Sag mal, wieso kannst du das so gut? Dich so schnell auf dem Boden im Kreis rumdrehen. Das ist einfach Talent. Ich will auch Talent. Das hast du doch, Bing. Was denn? Woher weiß ich denn, was mein Talent ist? Probier neue Dinge aus. Dann wirst du es entdecken. Ich weiß was. Was ist denn damit? Ah. Du bist gut im Auf-einem-Bein-Stehen. Guckt mal mein Talent. Das Talent habe ich auch. Ich aber auch. Guckt mal, Flop. Ich kann dir noch ein Talent vorführen. Oh, das kannst du sehr gut. So was. Du bist wirklich gut im Auf-die-Schenkel-Klopfen. Das kann ich aber auch. Guckt mal. Ich auch. Ihr habt wirklich alle Talents zum Schenkelklopfen. Ich will auch ein besonderes Talent. Ich hab's. Was ist damit? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Mein Talent zum Bl 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 Du hast also auch Talent für purzelnde Purzelbäume. Purzelnde Purzelbäume. Hier kommt Bing. Auch. Ich auch. Aber ich, ich habe Talent zum purzelnden Doppelpurzelbaum schlagen. Guckt mal. Pass auf, Bing. Oh je. Tut es sehr weh, Bing. Mein Ohr, Bing. Tut mir leid. Ich bin auf dein Ohr gepurzelt. Das tut weh. Das wird schon wieder. Ist es denn sehr schlimm? Pando hat mein Ohr gequetscht. Das war aber keine Absicht. Ich wusste doch nicht, dass dein Ohr da lag. Sei nicht traurig, Pando. Es war ja keine Absicht. Geht's langsam besser, Bing? Ich weiß nicht. Lass mal sehen. Hm. Was war das für ein Geräusch? Was denn? Na, das Plopp-Geräusch. Was denn? Das? Ja. Ja, genau. Das Plopp-Plopp. Das probiere ich auch aus. Meine Ohren ploppen nicht. Jetzt versuche ich es. Wie geht das denn? Seht her. Bing, das ist einmalig. Ist das jetzt mein Talent, Flop? Ja, du hast es entdeckt. Dann ist ja alles bestens. Hallo. Wir haben nach unseren Talenten gesucht. Aber ich konnte mein Talent nicht entdecken. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Und dann ist Pando auf mein Ohr drauf gepurzelt. Das hat wehgetan. Aber es war auch gut, weil ich mein Talent entdeckt habe. Ich habe das Talent, mit meinen Ohren zu plopp-ploppen. Guck mal. Wir haben alle ein ganz besonderes Talent zu irgendetwas. Wenn du danach suchst, wirst du deins entdecken. Talente entdecken. Das ist Bings Ding. Und wo steckt dein Talent? Und wo steckt dein Talent?